Hey Leute und Damen und Herren, willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games und ich wurde ja vor kurzem auf den Gummihd.net-Server gebannt, ja weil ich geteamt habe, was natürlich nicht so praktisch war für mich, denn ich konnte nicht mehr aufnehmen. Da ich ja gute Kumpels habe, beziehungsweise habe ich jetzt vor kurzem, also vor 30 Minuten jemanden kennengelernt und der hat mir eben sein zweiter Account geborgt. Grüße geht an dich raus, du Hurensohn. Ja, dann werden wir mit Links bekommen. Na, ich will damit einfach nur sagen, echt korrekt von dir, dass du sowas gemacht hast. Ich würde überhaupt gar keinen YouTuber meinen Account geben, also meinen Main-Account zumindest. Passt, ich zock dich, fick dein dreckiges Leben, komm her! Ja, nice! Und ja, ich freue mich auch gerade wirklich, dass ich auf diesen minderwertigen Server wieder mal aufnehmen kann. Auf jeden Fall geil, das ist wirklich mit Abstand der geilste Server, den es überhaupt gibt. Ja, natürlich gibt es natürlich diese Fanatiker, die immer so sagen, oh nein, Hive ist eindeutig besser, eindeutig! Aber ich finde, Hive ist nicht so der Server für PvP-Noops, also zumindest, wenn ich auf Hive spiele, verrecke ich instant. Hier kann ich wenigstens noch ein paar Kills reißen, hier bin ich halt so noch der Minecraft-Pro. Ja! Geil, ist ein Fallschaden gestorben, ist ein Fallschaden gestorben, nice! Gott! Du kleine Stück Scheiße! Oh ja!